ja willkommen mein name ist an die warte und mein name eto mario master herr begrüßen euch zurück zum mario party ich rede mich gerade verarbeitet hier niemand münzen ab wie ich jemanden abnehmen kann das macht einfach nur dann weil wir gerade eben ein komisch spieler haben um insgesamt zwölf münzen und übrigens die letzten runde ist es geschehen jeder hat eine neue gewisse eine verschwörung über eine verschwörung und wenn wir jetzt echt drei münzen abnehmen finde ich gut in die drei münzen und geht nicht investiert immer gar nicht ja ich kann mal sicherlich aber keine münzen das ist ein geist sie haben noch kein münzen bis hier mein geld ich habe mich irgendwie mit poli gehobenen battler stimmel wieder vor also willkommen ist höhere wir nicht zu tun haben dann tun sie sich bitte herrscht wissen die ähne namen ist die super brüder sind der geist und der die gegen den tippen jetzt kommen sie platt machen muss platz geschützt in unser tor wir müssen in unser tor sie sich in das andere wir sind linke oder wir müssen ins rechte ich habe in die nase gebrochen ich habe mir schon wieder eine nase geworfen mein gott ich mache den ganzen punkten ich habe die verteidigt habe ich habe die ganzheit nur am schock gewartet bis die dinge vorbeikommen ja ich glaube die größten da den habe ich die nase geworfen wir da gerade am buch legt der blubber hat aber keine nase jetzt nicht mehr sagen auch wenn man keine nase ich kann das vampir dinge einsetzen nur die münzen abnehmen wohnen da geht schnell ja das ist noch ein bisschen platz ha 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 ich war das geld an der geist ist erster hat eine überraschung blubas mutter und den zweiten platz der tippen wischen der klemmt nach und der die klo gibt mir zeugs ich muss bevorzugt werden los gibt du kriegst 30 mützen und stehe direkt vom hotel das ist nicht fair und so fühlt sich alles zusammen noch mehr gelde man kann man irgendwie nach und vielleicht müssen da und sind nehmen das ist dann wie man da ist gut was geht sich münzen weil es denn los ist es nicht mit dir weil ich mir halten die nur der sein geld ja aber schon ein paar münzen hat und auch noch nicht da kommen wir schon wo ich glaube ja dann haben gar keine münzen nimm es alles alter will ich so viel und das ist ja nur 18 münzen investieren 50 also das ist jetzt meine hose ich meine da könntest du noch zweiter werden glaube ich auch hier voll verschwindet ja dann glaube ich nicht haben und ich habe 30 minuten und ich habe noch mal papier dingen mein mutter nicht zum schotter bringe nicht zum schotter danke pablo deine 1 gewohnt und hier ist ja du bist direkt auch hier ja klar ich muss mein hotel verteidigt vor dir mit drei münzen vor so hart gierigen typen will ich muss ich mein hotel verteidigen mit drei münzen selber machen es gibt zum super verladen kannst du nicht abstimmen selber noch auf dem feld landen knapp daneben ist vorbei ich bin in nur noch der hotel mit sieben münzen mit schutzschutz sage ich nur dann kriegst du gleich einmal nur eine einzige kapitel minister da sind auch noch 50 15 da habe ich vollkommen gerade hitziger sind finde ich das könnte ich sogar geben naja jetzt kann es auch sein lassen warum dreht er sich nicht ja so war ja das sind die falsche richtung diese 17 münzen nie gar nicht mehr freunde er ist so ein ekliger der geist hat doch viel unzunötig viel geld ja das ist zu wenig das ist eine fliege noch mal nicht da kriegt man ein bisschen mehr das hotel ist verloren Abandoned Save the captain Save the captain Save the captain Ich bin der Käpt'n dieses Hotels Ich weiß, was ich mit meinem ganzen Geld gleich mache von mir kriegst du nächste Ach, bald hast du wieder was dann gekriegt Ach, bald, so gut schon Wir haben noch gar keinen Bowser-Feld in diesem Brett gesehen Oh, ne, die Schiebe sind so viel weg, noch gehen Acht Felder Alles klar Nur, ob du eine Darauf Wo ich da bin Auf den Dingen, wenn wir sie verarschen Schotter, bringe mich zum Schotter Bring mich zum Schotter Bring mich zum Schotter Es geht einfach auf das andere Gibt es noch eins? Ja Es gibt zwei Ich hab' das nicht gesagt Ich weiß nicht Diese Ha, dieses Der wirst du niemals bekommen Selbst wenn ich jetzt ein Hotel Verlieren werde Was ich nicht verriegen müsste Weil wir Geschäftsmann So, ich kann den Laden nicht rennen Ich habe mir direkt einen neuen Genau Das ist Serious Business Oh, mein Auto springt nicht mehr an Dann muss ich mal ein neues kaufen Genau Ja, so ein Typ der irgendwie eine Fliegen mit der Hand kann Konate töten, oder? Ganz richtig Und vor allen Dingen, der Der rechte Ort, wo ich jetzt werde bin Ist mir mehr mit Schotter Ist mir mehr mit Schotter Neues Hotel dann Ja, genau Ich habe ein neues Hotel Hüpfen im Tag Ja Okay, wir müssen springen Wir müssen springen Oh 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 Du stehst vorne Oh 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 immer scheiße er dachte einfach die wahl sagen ja der kleppner hat jetzt schafft machen wir so auf hoffnung und da ist jetzt sie jetzt sind wir diesen ewigen lustig gefangen finde ich gut der herr und der tisch schotter schotter dass sie ihn gleich abnehmen kann eine münze ja erzählen sie ein münze ja das war hin doch wie gott jetzt das ding nur als geisel platziert das das macht jetzt sechs sterne die zwei platze ich habe auch immer acht sterne ich habe ein größeres peri da gibt es nicht ein geld aus jetzt verliert er noch mehr nur mit du hat nichts krieg egal ist es trotzdem ein ich kann mich hier so ein graf ich habe mich ja mal ganz falsch gewendet wie viel 5 dollar ich habe mich ja mal ganz falsch gewendet wie viel 5 dollar ich habe nur sieben kommt jetzt direkt die neuen leute ja aber die wahrsein willkommen schon mal ja mann diesen geist er hat auch eine gereicht nicht dieses pläger geht es für den rest des lebens ich soll schmatzen gehört was auch gar keine lippen ja ich möchte was süßes also teuer geh weg muss du haben begeistert stehen auf bau noch mal auf dem bau da vernimmt hier den einen ganzen münzen ab die auch wenn wir reptilien freundschaften frau dann wollen wir ihn wieder zu sushi verarbeiten ja ok wir sind so tot we are gonna die we're gonna die we're gonna die we're gonna die da but you know what fuck power levels fuck super saiyans and fuck you the way guys sehen finde ich ja das war fisch fisch das war fisch das war fisch das war fisch das war fisch nein 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 das ist jetzt ein paar kurzer Pompse oh ho ho so schön das ist jetzt eine blume nein 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 oh nein kennt mich wir haben dich repräsentiert ja eine wolke wer hat dir geduld nein ja ja oh wir haben ihn gesägt das ist ja keine face kann ja wir diesen wir diesen blöden tanze ja so dem ich nur war weil ich hier weil ich bin ich bin cool habe ich irgendwann neun geht schon wieder los oh gott ich wohne da überfahren habe ich gesehen das gibt es nicht ja möchtest du investieren ja möchte ich sogar da geht das durch die wir vielleicht tritt ja immer noch ein bausache also oder das kann auch passieren ich kann also ein geist das ist aber ja und nein das ist mein hotel das ist mein hotel dass ich noch nicht zur rücken grüßen gewartet habe nein sehr geil die wir immer noch die lassen sterben und das ist doch das was zählt das kriegt euch richtig bandit 30 münchen sehr gut ich kenne so ein hotel wir uns kollege dann weg blut war das gut der gern wir müssen noch jemand auf dem feld landen wieder einmal der erstplatzierte angeziert dann ich habe keine ahnung kollektion ist das nicht nur irgendwie deine hotels hier ja so gehört sich das mario machen was mit business man stein an davor fürchte der sich 36 menschen hat man kann er abkaufen ich glaube schon ein bisschen 45 so hell ja letzte runde ja letzte runde meine sony ooooh ooooh aaaah Mario Matrix kommen wir in die Matrix gehen nein die rote oder die blaue Kapsel grüne Kapsel ich nehme den ring in die grüne kapsel muss ich zwei stunden lang am klo gehen von ja 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 verdammt aber geklappt eine strategie ich bin aus der Matrix zurückgekehrt viel Spaß in der Matrix ja und Morpheus früher war agenten kaputt so ich möchte mich in der Matrix leben Matrix soll verdammt kacke sein vielleicht sind wir ja gerade in der Matrix in diesem Moment denn denn da wussten wir noch eine zähle dass ich kaufen kann auch kommen wir jetzt ich hab's nicht so gar nicht ich werde schon sehen 10 perfekt na das ist aber nicht von dem ja sieh использug geil jo ja hier nehmt nehmt nimm es nimm es geld money 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 man glaube ich dir drei sterne geil das kann nicht wahr sein ich glaube die hotels gehören nur 299 für einmal dir und mir ja wir uns beiden nur wir haben sterne keine weiter stimmen jetzt muss er noch irgendjemand jetzt müssen die beiden hier noch ging es abknüpfen ich habe gewonnen also ich bekomme alle drei bohnen sterne am ende und du kein also wie glück habe ich bestimmt nicht einsetzen jetzt hier nicht wenn ich jetzt drei münchen investieren sie jetzt alle münzen diese eine münche wirklich zum schluss mal auf den camp noch das wird eigentlich wenn man eine 50 runden partie machen würde und man hätte alle hotels dann schon vorher wenn hätte man könnte man ja gerade mehr verlieren das kann man auch gar nicht mehr von den spieler wie auch zu ende was ich war da verliegen habe schon wieder auf es geht nicht immer ein aber was geht nach der füge voruntergefallen so ein idiot wir können die türke die türke die türke da kommen wir kommen wie kommen wir auf mich gekommen das war es mit stadt der mode aufzudehnen vielleicht im letzten spiel spielen da ich habe jetzt alle bonus sterne wie viele münzen hast du keine spielstern super war eine überraschung ich habe ja schon gewonnen und welcher magst du sein wanderstern glänzt könnte vielleicht soll ich sein ok ich habe ich habe mir jetzt benutzt der letzte buchstern ist der stelle und rote dinger wir haben auch ein stern jetzt meine stelle wir haben ja bis 2010 kann das sind natürlich im vorteil ja dann hätte ich mit zwei münzen gewonnen auch der wanderstern ist sehr knapp gewesen acht felder zwei kein einzelnes ereignisfeld gelandet auf zwei glücksfälle kein bau sauf ist das ich das ist ja ich da haben dann was auch mit diesem brett ja im nächsten im letzten brett werden wir 30 und spielen ja und ich hoffe wir erwarten euch event ein auf bose starrstern tschüss tschüss